Hallo Leute, ich bin's, der Gerd. Der Kölner Karneval liegt hinter uns und wir haben den Gipfel der Kölner Selbstherrlichkeit erklommen. Aber keine Angst, bei uns in Köln ist eigentlich immer Karneval. Überhaupt sind wir Kölner der Mittelpunkt des Universums. Und wir sind eigentlich nur mit anderen Riesenstädten wie Tokio, New York oder London zu vergleichen. Aber wie sieht es in der Realität aus? Medienmetropole Köln. Also die größten Studios, die liegen in Hürth. Und Hürth gehört bedauerlicherweise nicht zu Köln. Aber wenn es notwendig ist, dann wird einfach mental eingemeindet. Leverkusen, Wesseling. Okay, bekommen haben wir bisher nur Ports, aber immerhin. Und überhaupt, wir sind die Weltmeister vom Ring. Nicht die Deutschen, nein, die Kölner sind Handballweltmeister geworden. Und wer das Gegenteil behauptet, der muss zur Strafe 20 Mal das Lied der Höhner hören. Das sollte einem zu denken geben. Und überhaupt diese Toleranz. Also alles, was außerhalb der Grenzen von Köln liegt, ist erstmal sowieso Provinz. Im Süden haben wir diese Eifelbauern. Im Westen diese Himbeerbiertrinker und die BMler. Und auf der anderen Rheinseite beginnt sowieso sofort Sibirien. Mal ganz zu schweigen von diesem seltsamen Dorf im Norden. Wir in Köln haben übrigens auch den höchsten Bierkonsum. Da liegen wir noch ganz locker vor München. Das hilft uns aber auch ein wenig, über das Elend hinwegzukommen. Vorkommene Kindergärten und Schulen. Ein winziger Kulturetat. Da sinkende Wirtschaftsdaten und steigende Arbeitslosenzahlen, also Viva Colonia. Was uns zum dunkelsten Kapitel der Kölner Selbstverliebtheit führt. Das Kölner Lied. Versatzstücke aus russischem, irischem und sonstigem Liedgut, das sich nicht wehren kann, werden schamlos mit Kölner Texten gepaart, die jedem einigermaßen intelligenten Menschen, der nicht zufällig aus Köln ist, das nackte Entsetzen ins Gesicht zaubert. Und mal im Ernst, hat sich bisher jemand bei uns dafür bedankt, dass wir aus reiner Freundlichkeit unserem Vorort Bonn die Hauptstadtrechte abgenommen haben, diese aus kölschem Mitgefühl an Berlin weiterzugeben? Berlin, also sowas wie das Brandenburger Tor, steht bei uns an jeder zweiten Ecke. Und was die da oben Siegessäule nennen, läuft bei uns unter der Bezeichnung Straßenlaterne. Und überhaupt, der Rhein ist breiter, der Dom ist höher und unser Bier ist besser. Aber ich höre jetzt besser auf, sonst geben Sie mir in der Bewertung wieder nur einen Stern. Aber denken Sie mal drüber nach. In diesem Sinne, bis die Tage.